willkommen zurück zu einem weiteren part von let's play castlevania lords of the shadows im letzten part sind wir in das land der vampire eingedrungen haben die ersten devil abgeschlossen und waren unter anderem in dem dorf waigo wo auch die ersten untoten auf uns getroffen sind und wir haben von sobek dem wir in waigo getroffen sind einen hinweis erhalten wo wir jetzt als nächstes hingehen müssen denn der abt der in dem höchsten turm in dem vampir schloss nicht in dem vampir schloss sondern in dem dorf da ist hat nämlich ein geheimes item oder item was uns im kampf gegen die vampire äußerst nützlich ist und weiterhelfen kann ja nach waigo sind wir jetzt in den abteil katakorben angelangt und machen auch da direkt weiter ja in der abteil in der abteil wo wir quasi jetzt untergrund sind blut blut lecker aber was haben wir denn da vampire jetzt kommen die vampire mit einer der coolsten gegner im spiel die aber auch relativ stark sind also die halten zwar nicht so viel aus wie jetzt zum beispiel die größeren nukantropen aber dennoch richtig coole gegner meiner meinung nach vampir krieger größe mittelschwierigkeit mittel aus den verschiedensten kreaturen können vampire werden zur zeremonie gehört der austausch vom blut zwischen dem meister und dem zukünftigen vampir doch dies muss vom empfänger akzeptiert werden so dass nur intelligente wesen in frage kommen die vampire des niedrigsten ranges besitzen üblicherweise ein fledermausartiges äußeres je mächtiger sie im laufe der jahrhunderte werden desto menschen ähnlicher sehen sie aus sie können sich nach belieben aus einer grässlichen bestie in einen menschen verwandeln wie mächtig ein vampir ist kann man an seinem äußeren erkennen jene die menschen täuscht ähnlich sehen sind extrem gefährlich diese vampir krieger hier wurden wohl erst vor kurzem verwandelt es handelt sich offensichtlich um niedere kreaturen die der vampirfürsten gefügig sind sobald wir hier diese waffen vom abt haben vince und dorin haben wir auch eine wirkungsvolle waffe gegen sie jetzt haben wir nun das teil quasi also man kann schon davon ausgehen dass das auf jeden fall eine waffe ist die wie für die lykantropen die deutsche sind weil das maximalen schaden verursacht und auch in dieser höhle mit lauter kerzen und wie dunkel das ist das ist schon ich kann ein device sehen, das kann uns die dörren öffnen die vampire nerven wieder aber ich geh da erstmal weg weil solange die vampire da sind kann ich das eh nicht komplett drehen ja vampire du wirst mich nicht stressen ich brauche deine Hilfe mit der crowbar Zobank ich komme jetzt müssen wir schnell auf die andere Seite weil der wird jetzt von Vampiren angegriffen allerdings glaube ich dass es nicht so ist dass Zobank sterben könnte gegen diese Vampire jetzt weil der hat ja auch kein Leben er könnte quasi stundenlang jetzt hier stehen bleiben das witzige ist ich kann die aber von hier auch treffen um die mir ein bisschen Hilfe zu leisten aber das ist noch nicht die Aufgabe ok da war nichts mehr jetzt müssen wir nämlich erstmal zur Statue oder so gegen das Tor hauen ah ja genau Schattenmagie ich vergesse das immer hallo geh doch mit der Hände noch nervig und auch wieder schön viel Blut stoppen Sie dann das was die alles immer aufnehmen das geben sie auch zurück jetzt brauchen wir erstmal hier wieder die Stange das witzige Abbott hat sich sehr gut beschädigt wir brauchen zwei Schlüsse um hier zu raus zu kommen ja ich muss das jetzt erstmal so machen weil diese zwei Schalter die man rechts jetzt gerade gesehen hat hallo da steht es nämlich da brauchen wir auch diese zwei Schlüsse sonst kommen wir da nicht durch und hier sind ein paar Fallen auf jeden Fall da ist einer der Schlüsse die wir brauchen jawohl den holen wir natürlich ah ich bin so doof die Stange hätten wir mitnehmen müssen dann holen wir die mal ganz kurz so hier bitte her wie gut dass sich das Tor auch nicht schließt sonst hätten wir nämlich ein Problem bekommen so jetzt müssen wir erstmal hier die Plattform wieder bewegen und SoBeck gleich wieder um Hilfe bitten SoBeck gleich wieder um Hilfe bitten SoBeck.. helfe mit der Kroban Wie du möchtest. Geh! Geh! Jetzt überfliege! Lebensstein. Okay, doch keine Goblins. Hatte das noch so eine Erinnerung? Der ist leider so langsam. Wahrscheinlich scheint diese Keule da echt ein bisschen schwer zu sein. Selbst für Gabriel. Wie ist das andere genau? Du solltest das nicht fallen lassen. Aber man muss auch immer genau gucken, wo dieses Loch ist, damit man das erstmal aufdrehen kann. Auf der Seite war aber eine Falle, das weiß ich noch. Man sieht hier nämlich diese Steine. Bis wir wirklich schnell drücken. Ich kann es nicht halten! Schaut! 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 Oder wir werden hier sterben! Na komm! Sobex! Schaut! 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 Ja, ja, ja. Wir haben es geschafft. Auf allem, dass die solche Steine einfach mal in der Luft halten können. Hier ist eine der Schlüssel, die wir brauchen. Eine der Schlüssel ist der Schlüssel. Eine der Schlüssel! Na komm! Geh hoch! Dankeschön! So! Erster Schlüssel, zweiter Schlüssel. Boah! Ist das wieder dunkel, ey! An sich finde ich das ja nicht immer schlecht, aber in gewissen Situationen, jetzt hier zum Beispiel Das finde ich sieht auch etwas creepy aus Und diese Musik dazu Art Dimensions Tor Es gibt hier ein dranges Beweis Hier können wir zum Beispiel in die Mitte Wir haben uns erst einmal vom Ritter die Schriftrolle Ja, dieser verfluchte Abt, ein Diener des Herrn, der solche teuflische Magie anwendet Irgendwie sind dieses Gerät und das Portal, das mich stets wieder zurückschickt, verbunden Aber ich finde einfach nicht heraus, wie Und zwar folgendermaßen Wir müssen gleich erst einmal wieder so einen Stab finden Wenn man sieht, wenn man hier durchgeht, kommen wir daraus, wo das Siegel ist Es ist ein magisches Seel, kreiert durch den Abbot Es muss ein Weg geben, um es zu manipulieren Und zwar da können wir nicht lang Das sieht man auch hier dran Wir können aber Das sieht man vielleicht durch die Dunkelheit so schlecht Aber hier ist eine Wand Wo wir mit der Schattenmagie aufbrechen können Und haben dann den Stab Aber natürlich kommen jetzt auch Wie man da sieht Der ist Gegner Wir müssen zunächst einmal starten bleiben Und jetzt Erstmal wieder Die Gegner killen Die sind natürlich auch wieder am Start Tanz der Vampire machen wir hier Diese ganzen untoten Viecher Die sind schon echt krank Aber leider können wir die Löcher auch nicht schließen Weil es hier keine Bäume oder Statuen oder sonstiges gibt Dein Schmodder Nein Verdammig So jetzt können wir Das jetzt immer bewegen Das ist eine gute Idee Geh durch zum anderen Seite Jetzt müssen wir schnell Dahin Wir können dann hier zum Beispiel den Retter holen Da hinten ist aber nichts mehr Jetzt bin ich gerade nochmal mit mir überlegen Wo man denn Wo kommen denn Ach da Genau Wo muss der hochspringen Aber was man hier natürlich auch noch sieht Dass da auch noch was ist Da kommen wir aber von dieser Position aus nicht dorthin Oh Mann ey Oh Mann ey Gott sei Dank habe ich auch gerade hier den blauen Lichtbeugiestein gefunden Wenn man mal überlegt Dass hier Gerade nichts mehr vorhanden war Dann hilft mir das auf jeden Fall Um das doch irgendwie zu schaffen Und jetzt dann füge weg mit dir Ach du Gesicht Das ist einfach nur ein ekelhafter Dreck Das niemand braucht So jetzt können wir Dahin Und wir gehen auch dahin Sobek Wie man das schon sieht Wie weit hinten das ist Ja alter Mann Ich beeile mich ja schon So Ritter Komm lesen wir mal schnell das Tagebuch hier Der ist ja nicht kurz davor zu sterben Sobek oder so Nein ist ja wirklich nicht Aber egal Ich muss von Sinnen gewesen sein Wie sonst konnte ich nur eine derartige Mission annehmen In die Abtei einzudringen Allein um irgendein mysteriöses Relikt zu beschaffen Verrückt Dieser Ort steckt voller teuflischer Fallen und unbeschreiblicher Kreaturen Die es darauf abgesehen haben mir das Leben auszusaugen Hm 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 Ist das so ja Ich habe lauter Upgrades Ich glaube mache ich auch mal kurz Weiß ja sonst nicht was ich mit den ganzen Erfahrungspunkten machen soll Schläger Cool Habe ja auch dafür ein Trophäe bekommen Ich glaube das war irgendwas mit 10-15 Kombos kaufen Irgendwie sowas Ja Das ist auch so eine coole Technik hier Das habe ich auch schon so oft angewandt Und geben wir mal die Kettenbarriere Die Technik ist auch cool Da machen wir jetzt erstmal das Tor auf Weil Sobek möchte ja auch Irgendwie Entkommen Kaum stehen sie dann wieder da vor unserer Austür Nervt doch nicht Ich habe das erledigt Das habe ich erledigt Das habe ich erledigt Ja jetzt fehlt mir noch das Ich brauche dich zu halten Zobek Halt auf, ich komme Los, los, los Los, los, los Los, los, los Und dann Ich habe das Ob ich da hochspringen kann Sobald wir das Level halb enden. Diese Dreck-Skuhle... Ja, ich war eigentlich hier schon. Well done. Legie und Lebensstein. Sehr gut. Das ging jetzt aber auch wieder etwas länger. Und die Abtei-Bibliothek wird auch wieder ein längeres Level sein. Deswegen beende ich diesen Part an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.